hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video der gut wetterfabrik im heutigen video werden wir versuchen die qualität des hyundai elektrorasenmäher lm 330 1e für euch einzuschätzen und haben daher etwas recherchiert der lm 330 1e ist ein kompakter und praktischer rasenmäher mit einer mähbreite von 33 cm er ist sehr klein leicht und handlich wir schauen regelmäßig für euch wo ihr ein produkt wie dieses möglichst günstig kaufen könnt entsprechend haben wir unter diesem video in der infobox das aktuellste angebot für euch reingepackt schaut doch deshalb gerne einmal hinein wenn ihr möglicherweise ein wenig sparen möchte alternativ findet ihr dort auch zusammenfassend ein paar infos falls euch das video zu lang ist daher ist ja auch ideal für kleine rasenflächen von bis zu 400 quadratmeter geeignet welche ebenfalls hänge stellen ecken und winkel aufweisen können mit denen er gut umgehen kann das kunststoffgehäuse des hyundai rasenmähers ist trotz seiner robusten und schlagfesten eigenschaften sehr leicht und uv beständig was eine sehr einfache und bequeme handhabung ermöglicht unsere empfehlung zum rasenmäher findet ihr wie immer in unserer infobox eine der großen stärken des rasenmähers ist die füllstand anzeige welche anzeigt man der 35 liter große hybrid frankkorb gefüllt ist bzw wann dieser geleert werden sollte ebenfalls kann die schnitthöhe sehr einfach variiert werden zwischen einer größe von 25 bis 65 mm dies ist in fünf zentralen stufen zu verstellen dank der beidseitigen rasenkämmer ist der rasenmäher auch optimal zum mähen entlang der kanten und wände geeignet die sich in ihrem garten befinden der führungsholm ist höhen verstellbar und mit einem zweipunkt sicherheitsschalter kabelzug ausstattung und komfortablen soft grip griff ausgestattet die räder des rasenmäher sind sehr robust und rasen schonend und ermöglichen selbst auf unebenem gelände eine kinderleichte handhabung falls nötig kann auch der mitgelieferte mulchkeil eingesetzt werden wodurch der rasenmäher zum mulchmäher wird dank der kompakten bauweise und dem klappbaren führungsholm braucht der rasenmäher sehr wenig stauraum beim aufbewahren und ist somit sehr platzsparend wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch einfach einen like oder ein abo da damit ihr auch in zukunft keine weiteren videos der gut wetterfabrik verpasst es wird uns freuen euch noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen